Markus Level Endlich frei, was steht an? Spaß ist dran. Babysitter-Service. Markus Level Run an die Konsole, lautet die Parole. Wer ist hier der Boss? Markus Level Was passiert hier? Wie geschieht mir auch? Wo bin ich? Im Computerspiel. Um zurückzukommen, muss ich alle Level schaffen. Mein Gegner ist Vipgrat, der hält mich nicht auf. Denn wer hat's drauf? Markus Level Wir sehen uns am nächsten Level. Jaaa!